gut okay also da haben wir alles klar hier so haben wir noch ein bisschen ach so das weizen müsste ja dann lasst es schmecken so da habe ich das weizen weg da brauche ich jetzt nicht noch mal da brauche ich jetzt noch mal hin und herren weil ich gehe jetzt noch mal kurz in die höhle runter ich habe keine fackeln einstecken ist das schon wieder kompliziert hier ist das schon wieder kompliziert hier ist furchtbar ist einfach nur vor ich nehme jetzt wirklich mal bloß hier ist das beides mit ja ich kann ja so normalen fertigen dann ist es auch kein problem in dem sinne ich gehe jetzt also ich bin ja runtergefallen ich gehe jetzt wirklich noch mal in die mine hier runter weil die und noch ein bisschen was abtragen oder mal ganz kurz das wetter verschärft sich auch ein bisschen ja draußen ach ich wollte heute eigentlich noch mal unterwegs sein aber ich werde es doch lassen wo soll ich denn hin benzinsparen heute so was haben wir denn jetzt hier und ich habe schon wieder die schere vergessen ich habe schon wieder die schere um vergessen ich brauche die doch hier unten muss ich doch mal hoch hin wo bin ich denn hier jetzt wo ich echt noch mal hoch rennen und mir ist noch mal die schere holt aber wieso vergesse ich das denn die ganze zeit hier jedes mal vergesse ich das ich vergesse jedes mal das wichtigste und zwar die schere ich brauche die schon für die spinnenweben dort unten so dass wir erst mal hier rein ist nämlich die schere ja auch noch mit so ganz wichtig ich habe es doch vorhin schon erwähnt ich brauche dass wir die spinnenweben so die spinnenweben da brauchen wir doch nicht mal eine spinne abschlachten dafür jetzt von den kreaturen ist so gesehen die wir hier haben da können wir uns das nämlich auch ersparen so ich hoffe jetzt zieht es jetzt nicht hier rein irgendwie so ich lasse alles mal das hier ich muss erst ein bisschen aussortieren mal schnell kleinen moment was ist denn hier was ist denn hier was ist denn hier was ist denn hier so die schaufel kommt mal hier hin spitzhacke kommt auch hier hin da haben wir ja eigentlich alles sieht so aus die schere kann hier bleiben die spitze kann auch noch mit dorthin so da haben wir als eigentlich alles nicht die kohle genau ich wollte noch fackeln noch machen dabei ich habe hier noch kohle gehabt ich dummachin Gott bin ich doof aber naja das ist ja nicht anders vielleicht können wir ja noch ein bisschen mehr kohle noch nehmen und anfertigen dann noch dafür naja müssen wir mal gucken jedenfalls mache ich das jetzt so hier mal schnell ja wie es kommt hier rein ich höre schon wieder lava blubbern das ist überhaupt nicht so gut gerade gut damit können wir dann die die höhlen wieder zu machen mit dem stein hier damit wir auch wissen wo wir waren so jetzt habe ich die peilung verloren was geht überhaupt hier runter ich weiß es gar nicht so wir fangen einfach mal hier an jetzt und machen jetzt mal hier mit unserem und machen jetzt jemand mit unserer mine jetzt mal weiter hier weil es wird wirklich zeit dass wir hier mal ein bisschen weiter kommen und wir tun das immer verschieben und verschieben und am ende wird da nichts draus so hier hinten waren wir ja auch schon mal gewesen jetzt geht es in die richtung hier wir müssen das ist wirklich ein bisschen aber wirklich nur ein kleines bisschen müssten wir das jetzt mit system machen so und jetzt aufgepasst was ich jetzt hier machen will ich werde mir jetzt die dinge noch abtragen hier es ist jetzt egal ob jetzt eine fackel das darf erfüllen geht oder ne das ist wurscht ich mach das jetzt zu hier ich mag das nimmer dass das so alles durcheinander ist das machen wir auch noch weg weil hier unten sind wir dann nämlich auch gleich und jetzt mache ich das alles zu damit er endlich mal ein ende hier in sicht ist na gut dann muss ich mir halt jetzt so ein zusatz ding ist noch bauen hier also jetzt völlig rille ich brauche das ist bisher vor naja ist natürlich doof jetzt aber na gut ist egal müsste es ja dann wieder zu machen dann jedenfalls mache ich das jetzt zu hier damit wir hier nicht mehr reingehen haben wir irgendwo eine fackel achten müssen wir ja nach oben so das ist jetzt zu hier jetzt baue ich mir mal irgendwie eine provisorische treppe jetzt mal hier hin hake das hier auch noch ein bisschen weg hier und machen jetzt erstmal hier oben ein bisschen weiter so ich holen wir das alles jetzt hier ich muss noch mal hier runter weil hier unten haben wir auch ein bisschen was rumliegen gut jetzt wie gesagt wir müssen das jetzt wirklich mit systemen machen die kohle holen wir uns dann wir können eben ja schon mal die spinnweben mal nehmen mit der schere geht es nämlich am einfachsten so hier sind wir ja in die tiefe gefallen wenn wir das nicht normal passiert machen wir hier zu ich hatte nämlich keine lust mehr drauf so in der weile können wir uns ja noch ein bisschen stein hier noch abtragen ich nehme das eisen noch hier mit ich will hier endlich mal vorwärts kommen hier weil wir verschieben das jedes mal und kommen hier echt nicht weiter wir machen alles so kreuz und quer und durcheinander das geht mir schon selber hier auf die birne dabei will ich ja bloß die mine hier abtragen hier und irgendwie an die ganzen mineralien kommen hier die wir hier noch brauchen und so gut die fackel hier hin kann jetzt auch erstmal weg weil hier hin gehen wir jetzt sowieso nicht mehr hin und das was wirklich offensichtlich ist zum beispiel hier das eisen das tragen wir uns ab das nehmen wir mit und dann war es das und dann verziehen wir uns hier aus den ganzen gängen wenn wir denken ja gut wir wollen da drin noch irgendwas suchen dann können wir später auch noch wieder hier reingehen das ist klar aber hauptsache wir haben erstmal ein kleines system hier drin und das reicht dann so jetzt nehme ich mir die kohle noch mit hier raus und dann machen wir diesen gang hier zu ich brauche mal keine fackel mal hier unten sonst sehe ich das nicht genau hier so jetzt nehmen wir uns die kohle mal abtragen hier und dann müsste es eigentlich schon ganz gut sein so jetzt nehmen wir uns alles hier so habe ich das alles hier erwischt ich hoffe so jetzt machen wir den bunker zu hier ich mache den jetzt zu so das war es hier brauchen wir nicht mehr reingehen so tschüss so machen wir jetzt weiter so so hier ist es schwer ein anderes ding hier aber diese kleinen losen gänge hier diese kleinen gänge die eigentlich für sinnlos erscheinen so so wo sind wir denn hier hier geht auch noch was runter da oben ist gold habe ich gar nicht gesehen hier ist auch noch mal gold da ist auch noch mal gold das gibt es doch nicht hier ist ja auch wieder gold das hier da ist schwel da können wir ja mal ein bisschen was anderes hören das ist ja mal wirklich vom vorteil so sonst kriege ich ja noch ein gehörscher an hier so ich nehme jetzt mal das eisen mal mit hier was wir haben haben wir ich habe mich schon wieder verlaufen ehrlich gesagt ich muss ja also wieder einen Anschluss wieder finden hier man weiß ja echt nicht wo man jetzt schon wieder ist so nächste folge erstmal von